King Kong lebt. King Kong, der Sohn Frankensteins. King Kong, der größte und gewaltigste auf Erden, ist in höchster Gefahr. Nicht nur sein alter Rivale unternimmt einen neuen Angriff auf ihn. Seine Menschenfreunde wissen, dass außerdem eine feindliche Macht einen supermodernen Roboter auf ihn hetzt. Das ist schon alles recht beeindruckend. Ich hoffe nur, dass Ihr Roboter auch wirklich nach Plan arbeitet. King Kong, der Sohn Frankensteins zwischen zwei Freunden. Das Steuerbordhunder klemmt. Feuer einstellen! Sie sagten, Sie wollten noch einmal eine Expedition auf die Insel von King Kong unternehmen. Zu welchem Zweck? Nun, wir wollen seine Lebensgewohnheiten studieren und dazu können wir ihn ja nicht gut nach New York bringen. Die Gegenseite scheint zu triumphieren. King Kong wird nach meinen Anweisungen arbeiten und für uns das Element X fördern. Nein, Susan, du darfst es ihm nicht sagen. Was gibt's? Meine Auftraggeber sind nicht zufrieden mit ihm. Unsere Aktion läuft bereits an. Die sensationelle Entführung gelingt. King Kong in der Gewalt des Robots. Noch weiter. Noch weiter. Jetzt runterlassen. Achtung. Achtung. Ja, in Ordnung. Das Gitter. Das Gitter schließen. Komm, schnell weg hier. Weg hier. Schneller. Weg. Wer wird siegen? King Kong, der Sohn Frankensteins oder das künstliche Geschöpf modernster Technik? Eines der erstaunlichsten Abenteuer, das ich menschliche Fantasie ausmalen kann, bringt Ihnen dieser neuste Thriller aus der Welt Frankensteins. King Kong, der Sohn Frankensteins.